Alissa steht auf dem Stein. Ja. Warum? Weil ich bin klein. So dass wir nebeneinander stehen können. Ja. Und nicht dein Sohn. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Off to the 7000 Islands und heute haben wir sozusagen das deutsche Video, was wir auf Englisch schon vor eine Weile hochgeladen haben, aber wir wollen euch das natürlich nicht entgehen lassen. Wir sind jetzt hier gerade in der, an der Rezeption vom Hotel, aber ihr habt ja vielleicht schon das Video gesehen über Olympia und das Intro, als wir das gefilmt haben, danach sind wir schwimmen gegangen. Deswegen waren wir am Strand. And there we are straight in with the first competition of this new Winter Olympics. Snowboarding. We have fun boaters here. Oh, wait, wait, wait a minute. What's that? Snow is just an illusion. Don't believe it. Und das Video auf Englisch ist vor wahrscheinlich schon zwei Wochen jetzt her rausgekommen, aber auf Deutsch kommt es jetzt auch. Wir sprechen natürlich normalerweise auf Englisch zusammen und machen das meist auf Englisch. Deswegen habe ich hier Untertitel wieder hinzugefügt. Und auch, ich habe das Video verlinkt unten von Olympia. Falls ihr das anschauen wollt, ist es natürlich auch auf Englisch, aber YouTube macht eigentlich gute Untertitel. Und falls die Untertitel zuerst auf Englisch erscheinen, wenn ihr auf das kleine CC unten, hier unten, na, wahrscheinlich nicht, hier unten, dann klickt, dann, und das auf Englisch erscheint, das könnt ihr ändern. Also ihr könnt eure Untertitel auf Deutsch ändern und das macht YouTube auch, weil Google weiß sowieso alles und deswegen macht das auch, kennt das auch Deutsch richtig gut und kann das eigentlich ganz gut übersetzen. Und hier in dem Video habe ich Untertitel hinzugefügt, aber, ja, müssen wir mal überlegen, wie wir das weiter machen. Wir versuchen immer, Deutsch und Englisch zu machen. Vielleicht könnt ihr ja mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Vielleicht vor allen Dingen, wenn ihr wirklich denkt, wir sollen weiter auch deutsche Videos machen, weil englische Videos fällt uns leichter. Dann schreibt doch bitte auch unten in die Kommentare und, ja, seit gestern, wenn ihr das, ist auch die Grenze wieder offen. Scheint alles so, wirklich so zu passieren. Touristen dürfen wieder rein, sozusagen. Und das ist schon eine ganz gute Sache und wir hoffen natürlich auch, dass dann viele kommen wieder mal. Vielleicht dann so Richtung Ostern. Geht ja bald in die Richtung, also, aber genau. Und, ja, wir, an dem Tag haben wir jetzt ziemlich viel gemacht und wir wollen euch zuerst kurz zeigen, was wir so alles gefilmt haben. Und jetzt, das seht ihr jetzt. Alyssa hat wirklich hart gearbeitet, nach der Corona-Infektion, also, und wir haben nur ein paar Videos, die ihr sehen könnt. Ja, sie hat gesagt, ja. Oh, aber was soll ich... Ja, sie hat auch gesagt, ja. Bis zum nächsten Mal. hey what are you doing here that's my property ja also und das war ganz schön voller tag nach der arbeit haben wir das natürlich gemacht also nach alles das arbeit und nach meinem master arbeit machen und das immer noch am strand geblieben und alissa ist reingefallen mit absicht ja ja alles klar viel spaß beim anschauen ja so this stuff here like the stand-up paddle walls this we have some more it's just here at south drive this is the south drive beach it was quite wavy so there's lots of stuff it's really nice there's just sand all the way really nice and you can see it's where the bay goes like there up to there and then we live behind that pier from from that ferry yeah look at her go she said she's not gonna get wet yeah sure people in the philippines they do some some strange things like they go swimming like they never wear jeans because it's warm but because the water is so cold they wear jeans in the water that's not true i thought i was not gonna get wet but that was a bit stupid yeah it was but it was also very funny to watch but anyways oh so nice a day and evening on the beach i think i think i go some more swimming yeah but you're sitting on dry air you're sitting on the wait you're sitting on the beach now you're loose and you're sitting on the beach now you're loose i'm going to go to the beach now you're loose Musik Oh, 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 oh. Now she's gonna go! Someone got wet! It was very predictable. Yeah. Vielen Dank für's Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, da geht es doch einen Daumen hoch, und wir freuen euch natürlich auch, Wenn ihr ein Abo da lasst und uns auch weiterhin mitverfolgt und wir sehen euch im nächsten Video. Bis bald! Tschüss! Tschüss!